Glaubst du, dein Körper ist da, um ihn zu organisieren, zu funktionieren, ihn zu optimieren oder ihn gar zu ignorieren? Ja, der arbeitet doch ganz automatisch, wirst du vielleicht sagen. Ja, das tut er. Denn er ist genial, er tut es, bis er gekränkt wird. Und in unserer westlichen Welt kränken wir unseren Körper fast täglich, fast stündlich. Wir nehmen ihn nicht ernst, wir können ihn nicht verstehen, wir treiben ihn an, anstatt ihm unser Vertrauen, unsere Wertschätzung, unsere Liebe zu schenken. In diesem Webinar Körperscan oder den Körper lieben, erfährst du ein bisschen Hintergrundwissen über deinen Körper und seine Wurzeln, die Millionen Jahre zurückreichen? Du erfährst einiges über seine schwingenden, tanzenden, singenden Qualitäten. Du erfährst Übungen, ihn zu reinigen, ihn zu energetisieren, ihn zu lieben. Bist du mit dabei? Glaube an Wunder, denn dein Körper ist selber eines. Von ganzem Herzen freue ich mich auf dich, Alexandra. Bist du mit dabei? 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 Vielen Dank.